Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu unserer PyTorch Tutorial Reihe, heute natürlich mit unserer Katzen vs. Hunde Erkennungsreihe, nicht was ist besser, sondern wir wollen erkennen ob Bilder Katzen enthalten oder Hunde, für die 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 letzten paar Videos nicht gesehen haben. So wir machen einfach direkt da weiter wo wir aufgehört haben, das heißt wenn ihr die letzten Videos nicht gesehen habt, dann solltet ihr die vielleicht gucken und ja wir importieren als allererstes mal natürlich Torch.nn als NN. So das ist sozusagen das Modul, was für alles zuständig ist, was mit den Netzen zu tun hat und ja wir wollen jetzt hier unser Netz schreiben, das machen wir genau hier, weil wir unser Netz ja brauchen für diesen Trainingsalgorithmus und ja wir brauchen aber auch den Trainingsalgorithmus, um das Netz schreiben zu können, deswegen ja beides so ein bisschen gleichzeitig. Letztes Mal haben wir den Trainingsalgorithmus geschrieben, der wird uns heute ein bisschen zeigen, was was genau jetzt wir brauchen. So wir nehmen NN.Module und logischerweise erben wir davon wieder mal, das dürfte aber für euch mittlerweile nichts neues sein. Wir schreiben jetzt erstmal hier Punkt die Init und geben das Ganze an den Superkonstruktor. Super Netz und selbst natürlich Punkt Wohlenstrich, 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 Init. Okay, so das ist erstmal das Grundlegende, was man immer machen muss. Jetzt müssen wir uns überlegen, was für Schichten wollen wir denn in unserem Netz drin haben. Und da wir mit Bildern arbeiten, machen wir natürlich, ups, natürlich wieder mal eine convolutional Schicht rein, gleich als allererstes. So, ihr erinnert euch hoffentlich noch an die das Format von unseren Daten. Ansonsten lasst es euch einfach nochmal ausgeben, indem ihr einfach hier Print irgendwann mal hier ein Print macht oder sowas. Aber wenn ihr euch das ausgeben lasst, dann merkt ihr höchstwahrscheinlich, dass wir hier nicht nur ein Input Bild haben, sondern wir haben drei Input Channel. Und Output Channel würde ich jetzt hier mal auf 10 setzen, einfach weil es eine schöne runde Zahl ist. Kernel Size können wir auf, naja, was machen wir hier, auf 5. So, und ja, dann schauen wir einfach mal weiter. Wir machen jetzt hier einfach nochmal ein self.conf2 ist gleich nn.conf. Also normalerweise hat man immer mehr als eine convolutional Schicht. Wir machen jetzt hier 10 auf, keine Ahnung, auf 15. Ne, wir machen es gleich einfach direkt auf 20. Dann sagen wir hier wieder Kernel Size, setzen wir auch wieder auf 5. Und dann machen wir noch eine dritte convolutional Schicht, conf3 ist gleich nn.conf2d, weil wir natürlich auch wieder mit Bildern arbeiten. 20 Input Channel und 30 Output Channel mit einer Kernel Size von auch wieder 5. Das sind jetzt einfach nur irgendwelche Werte, die ich hier gewählt habe. Damit müsste man jetzt hier auf jeden Fall stark noch rumspielen. Aber klar, das ist, ja, das ist dann euch überlassen. Wir lassen jetzt auch die Dropout Schicht raus, die wir im MNIST genommen haben, sondern wir legen einfach direkt mit einem fully connected Layer nach. Wir haben so viele Trainingsdaten, dass ich nicht glaube, dass unser Netz auswendig lernt. Das ist aber wirklich geraten. Das kann durchaus noch der Fall sein. Das werden wir dann erst sehen, wenn wir die fertigen, die Ewaldaten auch da haben. Die habe ich noch nicht mal runtergeladen, weil ich aktuell, ja, mein Internet mag mich heute mal wieder nicht so sehr. Aber gut, das sei was anderes. Gut, wir machen natürlich hinterher wieder mal ein fully connected Layer. Das ist wieder mal ein lineares Layer. So, und jetzt stehen wir hier wieder mal vor unserem Problem. Wie viele Input Features haben wir? Das Problem werdet ihr immer haben, außer ihr wollt rechnen. Und ich will nicht rechnen. Ich bin ein fauler, sehr fauler Mensch. Tut mir furchtbar leid dafür. Aber, ja, deswegen schreibe ich jetzt hier nichts mit unserem fully connected Layer weiter, sondern gehe einfach davon aus, dass irgendwas kaputt gehen wird. Das ist ganz okay. Und implementiere hier erstmal den Forward Algorithmus. So, und, ja, was wir hier jetzt machen wollen ist, wir müssen natürlich einfach ganz normal alles so machen. Das heißt, x ist gleich self.conf1. Ganz stinknormal unsere Daten durch die erste Schicht jagen. Dann ein Max Pooling anwenden. Max Pool 2D. Mit x und 2 würde ich euch empfehlen. Das ist eigentlich immer so, ich weiß nicht, das ist immer das, mit dem ich anfange. Und dann überprüfe ich, ob es vielleicht mit 3 oder sowas besser wäre oder sowas. Oder mit einem anderen Wert generell besser wäre. Und dann nehmen wir hier ein Relu. Das ist, wie gesagt, auch die Standardaktivierungsfunktion, wenn man mit convolutional Schichten arbeitet. Funktioniert laut Research, also laut aktueller Forschung, am allerbesten. Das heißt, das ist so einfach so der Standard, würde ich mal so behaupten. Das können wir jetzt kopieren, einfach hier direkt hinten dran. Nur, dass wir natürlich nicht convolutional 1 machen. Ihr könnt übrigens auch natürlich eure Daten zweimal durch eine Schicht durchjagen, wenn ihr hier einfach convolutional 1 zweimal verwendet. Aber das ist jetzt nicht der Sinn der Sache, wobei, ihr könnt es nicht machen, weil die Input-Schicht nicht gleich der Output-Schicht ist. Wenn es natürlich funktioniert, dass ihr hier Input-Schicht gleich Output-Schicht habt, also gleich viele Channels zum Beispiel habt oder gleich viele Neuronen-Input und Output, könnt ihr eure Daten da beliebig häufig durch eine Schicht durcheiern. Das ist absolut kein Problem. Aber es ist nicht unbedingt ratsam, deswegen würde ich es nicht machen. So, und ja, jetzt sind wir am Ende angelangt mit unserer dritten convolutional Schicht. Jetzt müssen wir natürlich theoretisch in unsere andere Schicht umsteigen, also in unsere fully connected Layer. Und das Problem ist natürlich, wir wissen nicht, wie unsere Daten in dem Fall jetzt hier aussehen. Also wir könnten es errechnen, aber wir sind faul, wie ich schon gesagt habe. Und deswegen, wem das jetzt übrigens zu schnell geht, dem empfehle ich die anderen Videos hier zu PyTorch. Da haben wir das sehr, sehr ausführlich gemacht. Deswegen mache ich das jetzt hier nicht mehr so lange. Was wir jetzt hier also machen wollen, ist, wir müssen erstmal gucken, x.size, wie viel habe ich eigentlich hier? Und wie sehen meine ganzen Daten eigentlich aus? So, dann generiere ich mich unten erstmal mein Model als neues Netz. Und dann setze ich mein Modell noch in die Grafikkarte rein. Und dann kann ich hier eigentlich alles durchlaufen lassen. Und hiernach möchte ich natürlich, dass mein Skript beendet wird. Denn ansonsten gibt es einen Fehler. Und es schmiert mir alles ab. Ich möchte natürlich hier einfach nur rausfinden, wie groß sind denn meine Input-Daten oder meine Variable, die ich hier jetzt gerade durch das Netz durchjage. So, jetzt haben wir natürlich hier das Problem, wir haben hier 309 Batches. Ein Batch dauert ungefähr eine Sekunde, bis er geladen hat erstmal, weil meine Festplatte sehr langsam ist. Und deswegen würde ich euch empfehlen, hier einfach mal einen Break reinzusetzen. Zumindest zu diesem Testzweck, damit wir eben nur ein Batch haben. Der reicht uns ja, um zu gucken, was für ein Format unsere Daten eigentlich haben. Und dann starten wir das jetzt mal. Wir sehen hier jetzt gleich die Daten. Der erste Batch wurde geladen. Das dauert übrigens mehr als eine Sekunde. Jetzt wird gerade das Netz gemacht. Und jetzt wurde es auf der Grafikkarte angezeigt. Und wir haben jetzt hier plötzlich ein 30er. Ja, 244 auf 244 Bild, das ist zu groß. Das ist definitiv zu groß. Okay, ich pausiere euch mal ganz kurz. Ich probiere hier einfach mal ein paar verschiedene Werte aus und versuche das ein bisschen kleiner zu kriegen, weil jetzt aktuell haben wir hier im Endeffekt ein paar Pixel verloren, aber dafür 30 statt 3 Input-Bildern. Das heißt, wir haben jetzt hier einfach mehr Neuronen als am Anfang. Das macht einfach keinen Sinn. Wenn wir hier 256er Bilder reinstecken, sollten wir hier höchstens bei vielleicht 20 oder sowas rauskommen, würde ich mal so behaupten. Ah ja, und da haben wir es auch schon. Ich habe den Fehler gefunden. Ich war einfach zu blöd zum Schreiben. Ich habe hier nicht x ist gleich f.maxpool gesagt, sondern ich habe einfach irgendwie dieses x ist gleich vergessen. Das muss natürlich vorne dran stehen. Das habe ich hier leider irgendwie verschwitzt. Ich habe mich schon wirklich gewundert, warum dieses Ding so groß ist. Aber okay, wir sehen hier, jetzt haben wir 28 kreuz 28 Bilder. Und diese 28 kreuz 28 Bilder, davon haben wir 30 Stück für ein Bild. Und das natürlich 64 mal, damit wir hier, ja, damit wir hier ein bisschen, also unseren Batch noch haben. Das heißt, wir haben jetzt für ein Katzenbild haben wir 30 Unterbilder generiert mit 28 kreuz 28. So, jetzt wieder mal übliche Wert oder übliche Vorgehensweise. Wir schmeißen unseren Taschenrechner an, rechnen 30 mal 28 mal 28. Das sind 23.520 Neuronen. Das ist zu viel. Ich setze hier jetzt die Werte einfach ein bisschen runter. Sagen wir hier nicht auf 10 hoch, sondern auf 6. Hier gehen wir dann auf 12 von mir aus. Und, äh, Quatsch. Hier gehen wir auf 12. Und, dann sagen wir hier von mir aus, äh, 24 oder sowas. So, das heißt, wir haben jetzt hier nicht, ne, wir gehen nicht auf 24, wir gehen auf 18. Gut, die Dateien natürlich nochmal neu eingelesen. Hier 18 mal 28 mal 28, das ist deutlich weniger, ungefähr die Hälfte von dem, was wir gerade hatten. Das sollte als Fully Connected Layer noch möglich sein. Das heißt, wir haben jetzt hier, also mit, mit einem 30, 30, oder mit eben, äh, wie viel hatten wir jetzt hier? 3, äh, 23.520 Neuronen ist schon sehr, sehr ordentlich viel. So viel brauchen wir wahrscheinlich nicht, würde ich jetzt mal so behaupten. Aber so, ja, 14.000 kann man schon mal durchgehen lassen. Es ist schon trotzdem noch sehr, sehr viel. Ähm, aber gut. Lassen wir jetzt einfach mal so hierbei stehen. Und sagen, ja, was wollen wir denn haben eigentlich? Wir brauchen jetzt hier ein neues Fully Connected Layer. Und, ähm, das sieht einfach ganz normal aus. Wir sagen hier Self.Fully Connected 1 ist gleich. Wir machen hier zwei Fully Connected Layer. Ein NN.Linear Layer. Und das soll eben genau diese Anzahl an Neuronen haben. Also Input Neuronen 14.112. Ich glaube, das ist schon ein bisschen zu viel. Wir werden wahrscheinlich noch ein bisschen kleiner werden müssen hier. Ähm, aber wir können es ja mal probieren. Warum eigentlich auch nicht? Das dauert, also das ist dann wirklich ein Trainingsvorgang. Der dauert auch seine Zeit. Ich weiß noch nicht, ob es meine Grafikkarte packt. Mal gucken. Okay, Output sind von mir aus 1000. Und, ähm, dann sagen wir, wir wollen von diesen 1000 Neuronen auf 2 runter. Warum jetzt 2? Naja, ein Neuron gibt uns an, ob wir, ähm, ob wir eine Katze haben. Und ein Neuron gibt uns an, ob wir einen Hund haben. Also quasi eins davon ist sozusagen, ähm, ja, das ist sozusagen unser Output. Gut. Das ist halt einfach. Wie sie mitkommen hier. Und wir returnen natürlich wieder mal unser Log Softmax von den Daten. So, und das ist jetzt tatsächlich das, was wir haben wollten. Jetzt schauen wir uns einfach mal an, ähm, was mit unserem Netz so passiert. Und natürlich müssen wir hier oben noch unser Break theoretisch ausmachen, damit wir auch einen vollen Trainingsdurchlauf haben. Aber ja, ich weiß nicht genau. Ich werde euch jetzt auch pausieren, weil wahrscheinlich wird das ziemlich ruckeln und wir werden gleich mal sehen. Gut, bis gleich. Okay, ähm, da bin ich wieder. Natürlich müssen wir jetzt erstmal ein bisschen Bugfixing betreiben, wenn ihr selber mal ausgeführt habt. Dann habt ihr wahrscheinlich gemerkt, dass da Kleinigkeiten nicht stimmen. Zum einen habe ich hier die 2 vergessen hinzuschreiben. Das würde ich hier self.fullyconnected1 überschreiben, was natürlich zu Fehlern führt, was nicht so geil ist. Ähm, und zum zweiten haben wir noch ein kleines anderes Problem. Nämlich unsere Tensoren hier, unser, ähm, unser Target sollte eigentlich eher als Long Tensor gedacht sein. Also so wird zumindest, äh, unser Output gewertet. Das Problem ist allerdings ein anderes. Wir sollten hier nicht einen Long Tensor oder sowas reinstecken, sondern wir haben ein bisschen, oder ich habe ein bisschen was falsch gemacht. Und zwar folgendes. Dieses NLL Loss, das definiert sich ein bisschen anders. Ähm, und zwar sagt das erstmal, ähm, sagen wir mal, wir haben zwei Klassen. Dann gibt es hier entweder der Input ist kleiner als, ähm, 0 zum Beispiel. Dann ist es eben Klasse 1 oder der Input ist größer als 0, dann ist es Klasse 2. Bei mehreren Klassen halt näher an Klasse, näher an Klasse 0, dann ist es 0 oder in der Nähe von 0, näher an Klasse 5 zum Beispiel. Dann ist es bei 4,9 oder sowas. Das heißt, das NLL Loss ist hier nicht unbedingt das, was wir nehmen sollten, sondern wir sollten die Binary Cross Entropy nehmen. Zumindest glaube ich, dass wir die nehmen könnten. Ähm, da ist, ja, da ist wirklich viel zum Ausprobieren noch angesagt. Damit funktioniert es auf jeden Fall, so viel dazu. Ähm, dann nehme ich jetzt einfach mal die Binary Cross Entropy. Und logischerweise müssen wir dann auch hier oben nicht den Log Soft Max nehmen, sondern den normalen Soft Max. Das wollte ich eigentlich vorhin machen, aber das habe ich irgendwie automatisch auf Log Soft Max umgestellt. Ähm, die beiden sollte man dann eben zusammennehmen. So, gut, und jetzt können wir tatsächlich mal unsere Daten trainieren. Mal gucken, wie es funktioniert. Ich werde jetzt auch das Break rausnehmen und euch einfach mal pausieren in der Zeit. Das heißt, das wird eine ganz schöne Weile dauern, nehme ich an. Erstmal müssen die Daten natürlich geladen werden. Und dann, ja, müssen eben die ganzen Daten hier eingespeist werden. Unser Netz ist jetzt auch nicht gerade klein. Das ist schon echt ein mächtiges Netz. Ähm, deswegen, bevor wir das machen, ja, ich glaube, das machen wir noch nicht dieses Mal. Bevor wir das machen, machen wir erstmal hier nächstes Video noch. Und da werden wir dann die Evaluation machen. Gut, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao. Ciao.